Hallo und herzlich Willkommen zu Best of Khan ETM. Viel Spaß beim Zuschauen. Äh, Politika Masala? Masala? Äh, blablabla! Nein, nein! Mal gucken, was der Bengel so macht. Äh, he. Oliver Beat! Filmeramt. Ich glaub da ist jemand im Haus. Junge, versteck dich! Ich werd mich nicht verstecken. Ich werd gucken, wer da ist. Bist du doof? Ruf doch die Polizei! Ich ruf doch nicht die Polizei an. Pfff, warum? Damit der Film spannender wird. Ja, ich hab auf einmal keinen Empfang mehr. Hä? Nimm doch den Baseballschläger neben dir. Nö. Ey, wie doof sind die Leute in diesem Film? Bro, mach wenigstens das Licht an. Der ist hinter dir. Ich bin am Ende. Was guck ich überhaupt, ja? Junge, halt das Maul. Ach komm, was ein Drecksfilm, Alter. Der Deichmann. Mama, ich will hier nicht einkaufen. Doch, 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 komm mit. Nein, hier gibt's nichts für mich. Seht die Schuhe und probel dir an. Was ist das? Das sind doch die, die du wolltest. Mama, ich wollte aber Jordans. Jacke wie Hose. Lass kaufen wir. Hallo. Hallo. Wird das ein Geschenk für Ihre Oma? Die gehören mir. Oh, okay. 10 Euro. Okay. Warte, ich pack dir noch diese Einlagen hier rein, okay? Alles klar. Und dann noch diese Schuhcreme. Ich brauch das aber nicht. Und diese Katze hier. Eigentlich nicht. Und das Wichtigste, ihnen bringt mir Spray. Nein, 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 ich will das nicht. Das brauchst du. Doch. Das macht ja 428 Euro. Morgen. Und hast du diesmal einen Regenschirm dabei? Wir haben eine Mathearbeit mit Herr Huren, also, na klar. Guten Morgen, Kinder. Viel Glück. Herr Huren, ich hab ne Frage. Wo drückt denn der Schuh? Peter packt pausenlos prima 50 Picknick-Pakete. Dabei packt Patrick 20 Picknick-Pakete. Wie viele Pakete packt Patrick prima? Herr Huren, du bist ein kleiner Hurenso- Der Film schon an? Montan, das ist Werbung. Mensch, das dauert ja länger als deine Geburt. Ich hab Süßigkeiten mal zu Hause mitgebracht. Was? Das darfst du gar nicht. Hubert, wer ist diese Frau in diesem Film? Keine Ahnung. Und dieser Mann da? Keine Ahnung, guck doch den Film. Pssst! Machen wir's? Pssst! 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 Die Stellbar! Könnten Sie mal die Klappe halten? Hubert, sag mal was. Ich kenn die Frau nicht. Seien Sie mal jetzt leise! Oh, was willst du, hä? Was willst du? Soll ich da runterkommen? Komm, wir kennen das auf Pappels! Einzigen eins! Komm! Komm! Hab ich mir schon gedacht, du Seifstange! Und bei QDH Airlines. Ja, ja! Salas Aleikum! Ich bin der Pilot Mero, QDH. Das ist mein erster und letzter. Ich mein mein erster Flug. Ich bin eigentlich Busfahrer, aber Bus und Flugzeug hat nicht so viel Unterschied, ne? Oh mein Gott, das war's! Wir sterben! Wir stehen noch auf dem Boden! Oh! Ich hätt gern ein Glas Wasser! Das macht dann 53 Euro! Was? Ich führ's aufs Täpfchen! Wer ist da? Oh fuck! Ich bin Pilot geworden, um meine Ängste zu überwinden, alleine zu sterben! Komm, lass uns regnen! Guten Morgen, Kina! Warum haben alle Regenschirme? Kann sich die Schule kein Dach leisten? Pff! Wo ist dein Regenschirm? Wir haben jetzt Mathe mit Herr Huren! Ich verstecke doch nicht diese perfekte Visage hinter so einem Regenschirm! Betrachte diese Jawline! Samantha! Samantha? Pff! Ich heiß Samantha Santiago Bernabeu! Drei dicke Dachdecker decken dem Decker drei Dächer! Dabei decken Dächer den Decker gedachte deckende Dächer! Wie viele Dächer wurden von gedachten Dächern gedeckt? Meine Visage! Du Huren! Du vergesst die Stromrechnung zu bezahlen, oder was? Hallo! Ja! Oh Junge, zieh doch deine Maske an! Oh! Besser! Gib uns alles, was du hast! Oder was? Oder du siehst deinen Sohn nie wieder! Ach, den könnt ihr behalten, den brauche ich nicht! Was? Ey du Altormer, gib uns jetzt alles! Hast du mich alt genannt? Ey, was hat denn nicht passiert? Junge, sie hat uns hops genommen! Unterschätzt niemals die jute alte Frau Huren! Ey Bro, wenn euch Zeit ist, dann lass mal was machen, ja! Dann komm ich zu dir, lass bisschen zocken, essen, Filme gucken! Dann bin ich so eineinhalb Stunden da, okay? Hallo! Hi Daddy, wie geht's dir? Wenn du Bock hast, lass heute was starten, okay? Bisschen Netflix und chillen, du weißt schon! Also bis gleich süßer! Weißt puck es he ... Dramat "... ... Ich lau... T детей ... Jacer compromise in Ger space ... Dramat ... Warum ruft er ich? Warum ruft er mich? Hat er etwas herausgefunden, was er nicht herausfinden darf? Aber was habe ich nur gemacht? Hat mich mein Bruder verpetzt? Aber er weiß doch eh nichts. Vielleicht habe ich die Klosprüfung nicht gedrückt. Ich hoffe, meine Kacke schwimmt nicht im Wasser, Mann. Ich werde hier vielleicht nicht mehr lebend rauskommen. Gib mal die Fernbedienung. Bruh. Internet funktioniert nicht. Ich rufe da mal an. Ne, ab auf die Warteschlange. Das ist Hasenscheiß. Oh, endlich ey. Ja, hallo, mein Name. Wir sind gleich für Sie da. Bleiben Sie dran. Das ist Piss. Jetzt ist Schicht im Schacht. Ich lege auf. Reicht doch langsam, ne? Hallo. Hallo. Wir gehen offline. Bitte rufen Sie morgen wieder an. Aaaaaah. Ehrlich, war das Kahn? Welcher Kahn? Crush Kahn? Nachbar Kahn, der bei Aldi arbeitet? Natürlich Crush Kahn. Sprich ihn an. Ich weiß nicht. Sofort. Okay. Hi. Kennst du mich noch? Pff, nein, tut mir leid. Ich bin die Schwägerin deines Cousins 18. Grades. Und dessen Tanzes Cousins Schwester. Ich finde dich voll hot. Bekomme ich deine Nummer? Ne, sorry. Kein Interesse. Pff, du bist eh hässlich. Guck dich mal an. Will dich schon, ey. Morgen. Morgen. Du hast heute Blumendienst. Warum? Habe ich nichts besseres zu tun? Guten Morgen, Kinder. Herr Huren. Wo drungen der Schuh? Ich verstehe die Aufgabe nicht. Zwei Frösche fressen früh vier Fliegen. Dabei fressen Frösche beim Fliegen fliegende Fliegen. Wie viele Fliegende Fliegen fressen fliegende Frösche fliegend? Danke fürs Blumengießen. Guck mal, ich bin voll schlauer als euch. Wir haben wieder was Neues geschaffen. Die neuen AirPods. Pro, Max, X, S, 4, 2, 8. Guck dir. Sie sind genau wie die alten Kopfhörer. Nur ohne Kabel. Wow. Sie kosten nun zehnmal so viel. Mein Gott. Diese. Sie fallen nicht. Die AirPods halten bombenfest. Meine Frösche. Sie haben zwar keine Kabel, aber verlieren könnt ihr sie trotzdem nicht. Ey, wo sind meine AirPods? Kauft weiterhin unsere unnötig teuren Produkte und werdet arm. Und meine... Etwas Neues geschaffen. Das iPhone 12 plus 1 geteilt durch 3. XS Max. EA Sports. Es hat null Unterschied zum Vorgänger. Aber es ist teurer. Warum? Junge, das kauft doch eh jeder. Ich frag mich, wie doof die Leute eigentlich noch sein können. Und diesmal haben wir nicht eine, nicht zwei und auch nicht drei Kameras, sondern genau zehn Kameras. Sieht zwar scheiße aus, aber Geld machen wir trotzdem. Unsere Geräte halten unendlich lang. Nee, Spaß. Nach drei Monaten ist das Ding schon kaputt. Und das Ladekabel müsst ihr extra dazukaufen. Kostet mehr als das Handy, aber es juckt uns nicht. Kauft weiterhin unsere Produkte. Wir verarschen euch, aber es juckt uns nicht. Und jetzt fahr Pistoll. Nicht schon wieder. Wir haben wieder was Neues geschaffen. Das neue iPad. S. Pro. Max. X. Tschüss, Daddy. Es ist wie das iPhone, nur größer. Wie unnötig. Und es ist wie das MacBook, nur ohne Tastatur. Meine Fresse. Seid mal ehrlich, warum kauft ihr das? Und weil das für uns nicht teuer genug ist, gibt es auch diesen Apple Pencil für nur 2000 Euro. Ich meine, Blatt und Stift hätten auch gereicht, aber ihr kauft es trotzdem. Es ist schön, reich zu sein. Unser iPad wird von Jahr zu Jahr immer größer und größer. Und das bisher größte iPad... Was? Es gibt schon ein größeres und neues iPad? Das haben wir doch gerade erst veröffentlicht. Ich hab keinen Bock mehr. Und hiermit stelle ich euch vor, das neue iPad. Max, 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 Max. Er war mein Vorbild. Er hat mir immer in schwierigen Zeiten geholfen. Ja, ja. Die nächste Nacht war clean, Mann. Motherfucker, Alter. Ey, Bro, da ist die Chaya. Bruder, das ist eine 11 von 10. Verhalt dich normal. Hey, Jungs. Wisst ihr, wo der nächste Supermarkt ist? Also, da drüben ist ein Aldi. Da vorne. Okay, das ist ein Kaufland. Ihr habt da irgendwas Dickes in der Hose. Und das? Das ist unsere Handy-Dose. Okay, danke. Ciao. Alter, die wollte. Ali, was ist die Lösung? Ich habe sie akustisch nicht verstanden. Die Desoxyribonukleinsäure ist eine in allen Lebewesen vorhandene Nukleinsäure, welche als Träger der Erbinformationen die stoffliche Substanz der Gene darstellt. Ich bin auf dem, ey, ich bin auf dem. Ich bin auf dem, ey, ich bin auf dem. Yo, 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 yo. Untertitelung des ZDF, 2020